Aufheben. So. Und so. All geplaced. Kraftstoff. War das Schlaghaus-Tour? Was habe ich bestellt? Habe ich schon wieder vergessen. Ich komme. Okay, irgendein Scheiß. Habe ich aber nicht was. Ich habe alle Regale vollgeräumt und trotzdem habe ich noch so viel Rotze. Verstehe ich gar nicht. Ist doch quasi unmöglich. Dass ich noch so viel Scheiß habe. So, sorry. Mussten kurz warten. Weil der kann das ja nicht dazu ziehen, was noch in den Regalen liegt, oder? Das wäre dem nicht. Ich kann ja mal die Regale auffüllen und meinen Lager, oder nicht? Ja. So, wir brauchen einen Spiegel. Und da rein. Und noch ein Spiegel. Und da war's. Und da war's. Die Damm macht gleich Pause. Und da war's. Die Damm macht gleich Pause. Ja. Hier sieht's ja schon wieder aus wie hingeschissen. Sie ist sowas wie ein selbstreinigenden Boden. Natürlich geht sie jetzt in eine Pause. Du bist da am Sturm überhaupt und sie haut ab. Typisch Kassierer. Wir können keine Kasse aufmachen. Wir haben gerade Pause. Was geht denn? Alle gleichzeitig, oder was? Da geht nix mehr rein. Das ist mein Alkoholregal. Da geht auch nix rein. Was hab ich denn grad bestellt? Ist doch Zeitung und Autofliege, ne? Ja, ich hasse alles. Ja, ich hasse alles. Okay, ist alles voll. Ich komme. Was ist die Kugel verdienen hier? Alter, wir verdienen jetzt richtig Asche. So, Kunde und Kraftstoff. Kunde und Wirkstoff. Vorsicht. Hier wird gearbeitet. So, hier durch hier. Lass ihn mal eben schnell hochnehmen. Ich nehm nicht mal eben Hopf, ne? Ich muss schon wieder Kraftstoff bestellen. Ich muss schon wieder Kraftstoff bestellen. Teilweise schmeißen die Sachen selber so auf, dass die runterfallen. Voll illegal. Weg da. Wieso ist es denn hier so mega dreckig? Wieso ist es denn hier so mega dreckig? Boah, zehn Sachen, Alter. Echt jetzt? Ich brauch unbedingt einen zweiten Mitarbeiter. Für die Kassen. Definitiv. Lass ich gleich mal gucken. Lass ich mir hier einen rein her. Rein zehre. Hört ja gar nicht auf hier. Das wird irgendwie nicht mehr sauber. Hört gar nicht, wo das alles dreckig ist. Die kaufen hier die Buhle leer, Alter. Die Alte geht Paule machen. Das hört nicht auf. Darf ich mal ganz kurz? Einrichtung. Parking. War das hier? Ne, das war mein Mitarbeiter, ne? Ne, das war mein Mitarbeiter, ne? Sorry. 13 Artikel, Alter. Das haben wir den Leuten. Die machen mich reich. Und dreckig, wie ich da hinten gerade gesehen habe. Da wird ja einer meinen Scheiß hingebrochen. Fick dich, Spiel. Ganz ehrlich. Ich hab die übelste Combo gehabt gerade. Und dann schmeißt er einfach die Flasche in den Korb. Das ist auch ein Hohn. Auf jeden Fall einen zweiten Mitarbeiter für die Kasse. Das hört ja gar nicht auf hier. Ich komm jetzt um nix. Ich komm jetzt um nix. Wie? Ich muss die Tankstelle aufrüsten. Ach, leck mich doch. Wir brauchen einen zweiten Mitarbeiter, man. Seid ihr irre? Ich krieg die 10,94 die Stunde. Aufgaben, bediene Kasse. Ach so. Ach so, sie macht das schon. Kollege kommt gleich. So, wir brauchen wieder Kraftstoff. Sorry. Viel zu tun. Wenig Zeit. So, was haben wir denn hier? Einen Ölwechsel. So. Und zwei Räder, ne? Ja. Puh. Also, wir brauchen ja bald einen zum Putzen hier. So. So. Ja, Alter, du bist doch nicht mal eingestiegen. Bleib mal locker. Soll dich gleich rumrufen hier. Was ist denn mit dir? Was soll ich jetzt machen? Bring die Tankstelle auf Level 4. Mach ich gerne. So. Juhu. Noch mehr Platz. Oh, jetzt stehen meine Regale im Weg, ne? Aber ich kann noch eine Zapstelle anbauen. Geil. Ich brauche unbedingt einen Mitarbeiter für die Kasse. Und wer soll hier auch bald noch eins zum Putzen? Schau. Jetzt hub den armen Elon doch nicht so an. Der kann doch auch nichts dafür. ich nehme die an ob wir gegen den marsch ich muss mich den holen mit den anrufen so hier noch ein bisschen Uffle ich kriege keine Snacks mehr keine Getränke mehr ich muss mich den holen mit den anrufen so wir streichen ich weiß noch nicht welche Farbe das war ich glaube die hier ne ja überall Kunden ich dreh durch komm ich da irgendwie zwischen? ne komm ich nicht schade da muss jemand wohl so bleiben komm da nicht zwischen scheiße so kommt den krasch auf ja tag brauchen neue Räder ne und so Zeugs und wie sieht's denn aus so bestellungstechnisch das Lager können wir mal aufwerten können wir jetzt zwar nix mehr bestellen aber hat das egal ob da erstmal mehr Platz oh wir können jetzt die Waschanlage machen ne geil so dann muss man reifen da müssen wir tun dann müssen wir mal PAT nunos weinen von dann haben wir gemeinsam da muss man управ dann dann experiments ts das also wir können auch und Und ich glaube einen Kratzer hatten wir noch, ne? Ich mach ihn mal wegkratzen, bitte. Ach, schon wieder Müll. Immer nur Müll. Hallo? Jetzt. So. Und weg ist er. So, äh, Kunde an Kasse, Kunde an Kraftstoff, neue E-Mail. Alles hier, alles da, alles tralala. Scheiß Hilfen klingt auch, natürlich. Ich brauch definitiv jemanden für die Kasse und zum Putzen. Alter, da kommt es ja gar nicht mehr hinterher. Ich trampel hier ja so die Bude dreckig. Das ist ja unnormal. Das ist ja gar nicht richtig sauber hier. Schon wieder Fußabdruck. Ähm, so, erstmal einen Angestellten jetzt. Kaufen. Und dann ein Einstellen. Hm. Die hat Tanken 3. Er hat 3, 3, 3, 3, 4. Und sie hat, er ist besser. Okay, den würde ich dann... Okay, den würde ich dann... Ice Cream Wending Level. Okay, Cleaning Level. Den würde ich dann für Car Repair nehmen, oder? Oder fürs Tanken. Aufgabenliste. Aufgabenliste. Tanken. Dann würde ich gerne noch eine Zapfsäule dazu haben. Kostet 450. Geht gerade noch nicht. Geht gleich erst. Kratzer, Kratzer, Spiegelreifen. Kratzer, Kratzer, Spiegelreifen. Kratzer, Kratzer, Spiegelreifen. Spiegelreifen. Noch mal Kratzer. Und mal Spiegel. Und Reifen. Beide sogar. Toll. Geht gleich wieder da. Kratzer, Kratzer, Spiegelreifen. Boah, du bist ja nur am Aufräumen. Und was weiß ich nicht. So, und den? Ganz weit weg. Hui. So, du kriegst noch einen Reifen. Dann haben wir dich auch fertig. Und jetzt haben wir keine Reifen mehr. Großartig. Muss ich ja neue kaufen. Äh, Lieferung. Autoteile. Reifen. Kratzer. Autospiegel. Modellbau, ich glaube noch nicht. 270. 1010. Ab dafür. Jetzt gehen noch 600 ins Lager. So, er ist dabei gut zu betanken. Eigentlich sollte er ja Kasse machen, ne? So, hier. Gibt's noch gut aus. Okay, ich brauch Getränke. Getränke. Getränke und Snacks. Und sie hat man schon, oder? Nö, ja, doch. Getränke, Snacks und sie hat man schon. Getränke. 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 Und Zigaretten. Dann müssen wir gucken. Das passt. 693. Das passt leider nicht. So, davon haben wir noch was. Hallo? Willst du scrollen? Und davon haben wir auch noch was. Und davon haben wir noch ein paar. 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 Und davon haben wir noch ein paar. Und ich warte, bis ich einmal abkassiert habe. Dann kann ich bestellen. Natürlich ist sie jetzt in der Pause. Leck mich doch, Mann. Ich muss kurz den Lager aufmachen. Moment. Was macht die da? Macht jetzt schon Pause? Das ist doch illegal, oder nicht? Ja, hopp. Warte, ich lasse ihn mal kassieren jetzt. Sprich, Aufgabenliste, kassieren. Tanken kann ich notfalls auch alleine zwischendurch. Kaffee brauchen wir auch langsam wieder. Kaffee brauchen wir auch langsam wieder. Kratzer, zweimal Kratzer, zweimal Reifen. Keiner will mal ein torres Motorhüll haben. Einmal Kratzer. Und noch mal Kratzer. Und die beiden Räder. So, Krascher machen wir gleich. Ich habe lieber jemanden an der Kasse, wahr? Das hat irgendwie mehr Sinn, meiner Meinung nach. Okay, tschüss. Hallo, Atzefahr. So, ich bestelle mal noch einen Treibstoff. 800. Gehen da rein. 500. Okay, cool. Ich habe schon was von Aufräumen gehört, du Lump. Brauche unbedingt noch jemanden zum Putzen. Ich glaube, ich lasse die dann so arbeiten. Einer putzt, einer kassiert. Und wenn er eine Pause macht, geht der andere zur Kassierung über. Ich habe nichts mehr, ne? Hier noch ein bisschen was. Ach du Scheiße. Und ich habe die Regale leer. Na, ist ja ganz großartig. Toll. Und ich habe nichts. Tja, schade. Die hier werden nicht viel zu kaufen haben jetzt. Ja, ich habe nichts. Tut mir leid. Elon geht heute mal vorne rum, ja? Und nur ein Rad. Das ist ja mal angenehm. Es ist schlimmer als vorher, stand da gerade. Fuck you. Ich habe gerade nichts. Was soll ich machen? Lieferant konnte nicht liefern. Kann ich auch nichts für. Mach's gut. Kann ja Müll verkaufen. Wie ist das damit? Ja, da werden wir diesmal nicht allzu viel dran verdienen. Guten Tag, die Herren. Ja, ich habe gar nichts mehr. Danke. Ich brauche alles. Und dafür braucht Kohle. Okay, die kann dann erstmal putzen. Und die ein Putzlevel von 1. Okay, da wird es Zeit. Aber die skillen sich schon mal gut. Und schnell vor allem. Na, wir verdienen jetzt zumindest trotzdem ein bisschen was. Bitte doch. Kunde in der Werkstatt. Tag. Hier in den Spiegel. Kann ich auch schon mal schnell machen. So, dann gehen wir mal tanken. Ja, wir verdienen leider fast gar nichts. Dann hat man two. Dann haben wir uns noch malAAA. Und jetzt können wir malのは Öl. Und zwei bis jetzt deltzig wordt. Und jetzt nochmal interferen. Dann bekommt's halt besser etwas selectivkunst.